Teil 2, liebe Kollegen. Der Strom ist immer noch raus, was bei dieser Arbeit eigentlich nicht so wesentlich ist. Es gibt noch einen zweiten Filter. Das ist der Pistolenfilter. Wie kommen wir an den ran? Den Schutzbügel von der Pistole lösen, nach oben biegen, abnehmen und dann den Schraubfilter ohne Werkzeug durch Drehen des Pistolengriffs lösen. Da ist der Filter. Den kann man rausziehen, wechseln, einen anderen einbauen mit einer größeren Maschung, je nach Material, säubern und wieder einsetzen.